Bad und Politik. Im ersten Moment scheinen die beiden Themen rein gar nichts miteinander zu tun zu haben. Das Badezimmer begreifen wir viel eher als besonders privaten und geschützten Raum. Und doch zeugen die Kunstwerke in diesem Abschnitt der Ausstellung davon, dass das Badezimmer immer wieder zum Ort von Politik, ja zum Tatort geworden ist. Die in dieser Hinsicht bekannteste Geschichte ist die vom Tod des Marat. Am 13. Juli 1793, dem Vorabend des vierten Jahrestages des Sturms auf die Bastille, sitzt Jean-Paul Marat, einer der führenden Politiker im nachrevolutionären Nationalkonvent, im Badezuber. Dort verbringt er viel Zeit, denn er leidet an einem Hautausschlag, den lange Bäder lindern. Das Bad dient ihm daher auch als Arbeitsraum. Eine junge Frau, Charlotte Corday, besteht darauf, ihn zu sehen und sticht mit einem Messer auf ihn ein. Marat überlebt die Stiche Cordays nicht. Für die Revolutionärinnen und Revolutionäre wurde Marat sofort zu einem Märtyrer der Freiheit stilisiert. Anstatt die Umstände seines Todes zu kaschieren, wurden sie in aller Öffentlichkeit verherrlicht. Bei der triumphalen Aufbahrung seines Körpers wurden auch die Badewanne, die hölzerne Kiste, die er als Ablage nutzte, sowie das Tintenfass gezeigt. Sein Mitabgeordneter, der Maler Jacques-Louis David, erschuf für die Beisetzung eine Ikone. Das Gemälde, das sie nun vor sich sehen.